Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Fee. So meine Lieben, ich habe es geschafft das Ei zu stibitzen. Jetzt muss ich dieses Ei natürlich dahin bringen, wo es hin soll. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Das müsste da vorne eigentlich sein, oder? Ja, da vorne ist es. Ich muss nur aufpassen. Ich hoffe, ich kann hier einfach runterspringen, ohne zu sterben. Okay, jetzt haben wir nämlich hier die Brücke wieder, also unseren wunderschönen Weg. Und damit kommen wir jetzt bis zu diesem Vogel. Hallo Vogel, ich habe dein Ei gefunden. Es war super schwer. So, fehlt nur noch eins und das ist da in der Richtung. Da. In diese Richtung müsste das Ei sein. Hey, da hinten ist so ein Kristall, ne? Jetzt holen wir uns doch mal eben. Oder den holen wir uns doch mal eben. Sehr schön. Jetzt haben wir ja schon zwei. So, Moment, wo ist mein Ei? Ich bin irgendwie schon dran vorbei. Das wird wahrscheinlich da oben sein, oder? Ja, sieht so aus, als ob das da oben wäre. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie wieder da hochkommen. Oder wir rennen noch ein bisschen hier rum. Vielleicht finden wir ja noch durch Zufall den letzten Kristall, den wir brauchen. Aber okay, komm, kümmern wir uns erstmal um das Ei. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. So, hier komme ich ja wieder da hoch. Sehr schön. So. Jetzt bin ich gleich wieder hier oben. Genau. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg entlang gehen. Oh, was ist denn hier eigentlich noch? Sehr schön. So, Moment, wo ist mein Ei? Ich renne hier immer falsch. So, hier ist mein Ei nicht. Hier ist immer noch mein altes Ich. Vielleicht sollte ich das mal rausholen. Moment, dafür brauche ich einen Vogel, ne? Dankeschön. Dann kann ich mal mein altes Ich befreien hier. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat, aber wir haben das einfach mal gemacht. So, hier wackelt mein Vogel sehr schön und da vorne ist das Vieh. Da ist gerade davon krabbelt. Wo ist es hin? Ich habe es irgendwie aus den Augen verloren. Hey. Kannst du mir nicht auch helfen? Hm. So, jetzt hilft er mir. Kannst du mir nochmal helfen, bitte? Dankeschön. Hier oben ist wieder so eine Eule, aber mit der kann ich ja noch nichts anfangen. Noch nicht. Nee, er wackelt noch mit dem Kopf. Aber Moment, ich wollte doch zu meinem... Ist das nicht falsch, wenn ich jetzt hier lang renne? Doch, ziemlich, ne? Ich glaube, hier muss ich gar nicht lang, ihr Lieben. Ich glaube, ich muss hier lang. Oder? Na ja, doch, irgendwie schon. Da unten ist dieser Altar, ne? Wow. Ich bin runtergefallen. Ah, okay, er hat's gerade abgelegt. Oh. Schnell verstecken, er hat mich gesehen. Okay, jetzt sieht er mich nicht mehr. Welch Glück. Das hätte natürlich jetzt auch meine Chance sein können, wenn er mich schon sieht. Aber nee, lieber nicht, ne? So. So. Okay. Erstmal hier verstecken. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir hier wieder wegkommen mit dem Ei. Na ja, alle Wege führen irgendwo hin. Auch dieser hier. Wir machen einfach einen kleinen Umweg. Na also, guck. Na also, guck. Haben wir es doch eigentlich schon geschafft. Jetzt muss ich es nur noch zurück schaffen zu dem Vogel. Ach, bin ja schon fast da. Na, das war ja einfach. Warum habe ich das nicht zuerst gemacht? Hier, bitteschön. Musik 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 L1 und er oder wie ich habe eine neue stimme bekommen die vogelstimme jetzt kann ich mir so ein vogel holen oder wie moment ich gehe gucken was ist denn so ein vogel hm ach wie schön ach da oben ist so ein vogel wartet mal muss ich da näher hin das wird nämlich schwierig da geht es nur nach unten komm doch mal näher ach ich musste auf den baum natürlich natürlich danke kleiner vogel wie gut dass du mir immer so hilfst moment so ah ok oh wow und wo fliegen wir jetzt hin da hinten muss ich hin kann ich den steuern ne ich glaube nicht oder doch sind wir schon da los weiter anscheinend sind wir doch schon da oh hier so da haben wir wieder so eine Erinnerung oder wie auch immer ach so ach so ich muss mich wieder bewegen ne ganz vergessen ja hier die sperren die tiere ein na diese wesen halt warum sperren sie sie ein und was macht er da moderne kunst ich weiß noch nicht so genau was die mir damit sagen wollen aber eins weiß ich wir müssen da hinten hin ups so war das nicht geplant so also hier rüber hui sehr schön durch die Höhle wir leuchten so schön gerade ne wahrscheinlich weil wir diese andere Stimme haben ich muss noch näher da dran glaube ich ja ich muss noch näher da dran na hoffentlich war das jetzt hier richtig aber ich denke schon sieht doch gut aus oh ja sieht doch sehr gut aus juhu jetzt ist er mir freundlich gesinnt und wo fliegen wir jetzt hin und wo fliegen wir jetzt hin aha hier drüben hin ok dankeschön wenn ich hier runter falle dann darf ich alles nochmal machen dann darf ich alles nochmal machen oh das wäre so ärgerlich also lieber ein bisschen vorsichtiger nicht zu schnell so ich denke ich muss da an den Baum ja und darüber sehr gut ok wir schaffen das ok und ich nehme an darüber oder ja sehr schön sehr sehr gut ich glaube hi hi oh warte mal achso nee geh mal weg da du hast dich einfach auf das falsche gesetzt ich will nicht auf dir drauf fliegen hm hm hinterher warte 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 auf mich wo ist es hin es ist da ist es ich folge ihm einfach ich folge ihm einfach ist das richtig aber der ist jetzt da weggesprungen ne ziemlich weit das kann ich ja gar nicht und mein Ziel sagt auch irgendwie was anderes hm mein Ziel sagt mir dass da vorne mein Ziel wäre die ja ja Mal gucken, wo ist denn mein Zielvogel hin? Ich glaube, der ist echt da unten, oder? Ich werde hier halt nie wieder hochkommen, wahrscheinlich. Oh nein, das war wohl ein bisschen tief. Ah, da. Aha, da ist das vierte Ding, aber dafür brauchen wir ein Wurfgeschoss. Hier haben wir eins. Komm schon, Vogel, hilf mir. Dankeschön. Das brauche ich doch, um da dran zu kommen. So, das vierte haben wir gefunden. Und das bedeutet jetzt, was genau? Es fliegt einfach davon, oder wie? Da vorne ist es. Oh, oh. Ah, okay, ist nichts Böses, war nur eine Pflanze. So, jetzt kriegen wir eine neue Fähigkeit anscheinend. Ich bin gespannt, was es für eine sein wird. Ich bin gespannt, was es ist. Na, wie? So, jetzt bin ichdays. Ich bin, glaube ich. Können wir jetzt fliegen oder was? Halten. Gleiten können wir. Ja, wie cool. Wir können jetzt gleiten und anscheinend gibt es noch 1, 2, 3, 4, noch 4 weitere Fähigkeiten, die wir bekommen können. Da hinten ist mein Ziel. Da lang. Okay. Na, wenn da hinten mein Ziel ist, dann müssen wir auch da lang. Oh, guck mal, da ist schon wieder so ein Ding. Da muss ich mal eben gucken, ob wir hier irgendwo so ein Ding finden, womit ich das kaputt machen kann. Hier sind so ein paar von diesen grünen Dingern, aber nicht genug. Naja, gut, okay, meine Lieben, aber ich muss sowieso erstmal einen Cut machen. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.